Musik Herzlich Willkommen bei ACI WENDI. Mein Name ist Axel Voss und ich spreche mit meinen Gästen unter anderem über Lebenskunst, über Ästhetik, über Entwicklung und über Spiritualität. Heute habe ich das Vergnügen erneut zu Gast zu sein bei Dr. Claudia Simone Duchamp. Und heute werden wir ganz tief einsteigen in einer meiner Lieblingsthemen, nämlich den Mythos Claudia. Schön, dass ich wieder da sein darf. Herzlich Willkommen, Axel. Danke dir. Der Mythos, die ewige Frage und die Frage, die immer noch in der Wissenschaft bearbeitet wird, was haben wir darunter zu verstehen? Wie ist deine Interpretation des Mythos? Lass es mich vereinfacht erklären. Der Mythos bedeutet griechischen Märchenlegende. Aber es ist viel mehr als das. Ein Mythos ist doch ein psychologisches Generalisierungsmedium von Erfahrung. Es sind unsere typischen menschlichen, Nietzsche würde sagen allzu menschlichen Erfahrungen, von Liebe, Hass, Verrat. Es sind auch Typologien, der Idealtypus, der Held. Und manchmal kann ein Mythos, wenn er sehr elaboriert ist, auch zu einer Zeitgeschichte oder Weltgeschichte werden. Dann haben wir die Vorstellung von einer Entwicklung des Weltgeschehens im Sinne einer universellen Historie. So kann aus der vereinzelten Historie oder der Heldensage eine universelle Historie wachsen. Wie auch immer komplex ein Mythos ist, er hängt direkt essentiell mit der Kultur zusammen. Das hatte der Religionssoziologe Emil Durkheim gesagt, als er meinte, eine Kultur muss Ideale ausprägen, die sie oft auch in der Form von Mythen versprachlicht. Und das unterscheidet auch eine Kultur von einer bloßen technischen Zivilisation. Weil die Kultur hat ein historisches Bewusstsein und die Mythen tragen dazu bei, dieses historische Bewusstsein erstens zu bilden und zweitens dann auch zu perpetuieren. Insofern haben wir hier eine imaginäre Trennlinie zwischen der Kultur, die sich ihrer bewusst ist und denkend weiter wächst. Wie Cassira meinte, die ganze Menschheit ist zu sehen wie ein Individuum, das immer lernt. Und andererseits die bloße Zivilisation, die eben maximal ein punktuelles Bewusstsein ihrer selbst hat. Oder nur ein sehr verzerrtes, aber nicht historisch überdauernd. Die Mythen, die Ideale beinhalten, sind also einer Kultur immanent. Aber das ist ein Problem. Denn hier sagen auch viele Wissenschaftler, brauchen wir überhaupt Mythen? Ist das nicht gestrig? Ist das nicht reaktionär? Was ist deine Meinung dazu? Meine Meinung ist genau gegenteilig. Wir können nicht ohne Mythen. Interessant ist das und das meistens überhaupt nicht bewusst ist, wie sehr wir noch im mythischen Denken leben. Ich hätte fast gesagt verhaftet sind, aber das würde es nicht treffen. Wir geben uns den Anschein, den Mythos überwunden zu haben. Und auch da ist ein Aspekt, dass der Mythos, wer in uns wirkt, so meine Auffassung. Und das ist auch die Aussage, die Joseph Campbell auch immer wieder sehr wichtig war. Ein Mythos ist nicht historisch. Wenn also Menschen eine mythische Geschichte für Wahrheiten in ihrer Suche nach Artefakten, nach Beweisen, dann haben sie den Mythos meiner Meinung nach nicht begriffen. Ich verstehe. Der Mythos ist also nicht überwunden, sondern im Grunde eine unüberwindbare Substanz. Ein immerwährender Strom der Ideengeschichte. Und doch gibt es Unterschiede. Es gibt gute Mythen, schlechte Mythen. Mythen, die förderlich sind fürs Gemeinwohl und destruktive Mythen. Und generell muss man auch unterscheiden zwischen einem Mythos und einem Logos. Das macht Platon. Platon beschreibt in seinem Dialog Protagoras den Sophisten gleichen Namens. Die Sophisten waren Wanderlehrer, die für Geld angeboten haben, jeden Athener Bürgerssohn fähig in der Politik zu machen. Und ein solcher Wanderlehrer, Protagoras, tritt auf, von Platon sehr zynisch geschildert, und sammelt eine Schar um sich, wie heute ein Filmstar. Und alle jungen Leute sind begeistert und wollen diesen Sophisten hören. Kann der reden. Ja, er konnte fantastisch sprechen, denn das war ja auch sein Businessmodell. Sein Geschäft hing davon ab, dass er tatsächlich eher heiße Luft verkaufte als Substantielles, wie zum Beispiel die Wahrheit, das Sinnziel der platonischen Dialoge zu ergründen. Das wird sehr deutlich. Aber nur für den, der aufmerksam liest. Und was hat nun Protagoras, der Sophist, mit dem Mythos und dem Logos zu tun? Nun, bei ihm taucht es auf, dass Mythos und Logos völlig austauschbar sind. Ja, der Sophist stellt sich so dar, als könne er jedes beliebige Thema, inhaltlich geht es um die Lehrbarkeit der Tugend. Ja, kann man überhaupt Tugend lernen oder wird man nicht viel mehr tugendhaft geboren oder nicht? Aber er kann auch andere Themen, das Wesen der Gerechtigkeit, das Wesen der Gesetze in Form eines Logos oder eines Mythos darstellen. Also ein Opportunist. Ja, und er fragt sogar seine Zuhörer, soll ich euch einen Mythos erzählen oder sollen wir einen Logos sprechen? Platon kritisiert das, indem er zeigt, nur Sophisten gehen so fahrlässig mit dem Mythos um. Denn der Platon zeigt hier den Sokrates als den wahrheitssuchenden Philosophen und er manifestiert den Protagoras als das genaue Gegenteil, den opportunistischen Schwätzer, dem es überhaupt nicht um die Wahrheit geht, sondern nur darum, die Oberhand im Rededuell zu gewinnen. Und er verwendet auch unfaire rhetorische Tricks, sophistische und eristische Dialektik. Das hat Schopenhauer später in einem Buch des gleichen Namens erörtert, 1831, eristische Dialektik. Da beschreibt Schopenhauer 38 Tricks, wie man per fas et nefas, also zu Recht und zu Unrecht, in jeder Debatte die Oberhand behalten kann. Auch wenn man effektiv überhaupt nichts Wahrheitsgemäßes vorbringen kann. Hauptsächlich durch psychologische Destabilisierung des Gegenübers. Also sehr, sehr schmutzige psychologische Tricks, die schlussendlich nur darauf abzielen, dass der Sprecher in seinem eigenen Habitus erhöht wird. Und der Empfänger der Botschaft erniedrigt wird. Und diese Erhöhung und Erniedrigung wird auch inszeniert. Und das ist eigentlich der psychologische Schlüssel zu dieser manipulativen, eristischen Dialektik. Es geht darum, eine Stufenabfolge zu zeigen, ja. Oben steht der Sprecher und der Empfänger der Botschaft steht darunter. Und das ist ein asymmetrisches Verhältnis, das ich auch nie umkehren darf. Und dazu dient Rhetorik, Rhetorik als Waffe. Das ist typisch für die Sophisten. Und in dem Dialog Protagoras tritt dieser Sophist entsprechend auf, übt alle unfairen Tricks. Er vertritt dem Sokrates das Wort im Mund, legt ihm auch Worte in den Mund, die er nie ausgesprochen hat. Oder er betreibt Isotopie-Modulation, das heißt Begriffsveränderung. Also Sokrates spricht beispielsweise von Freiheit und Protagoras spricht von Freiheiten oder später von Freizügigkeiten. Oder heute würde man vielleicht sagen von Lockerungen oder bestimmten Nachlässigkeiten. Also diese Isotopie-Modulation, die Begriffsveränderung ist eine typische manipulative rhetorische Technik, die man schon vor über 2000 Jahren kannte. Und die charakteristisch war für die Sophisten. Und die Sophisten haben nicht nur Begriffe gewandelt im Zuge ihrer Argumentation und damit die gesamte Zielrichtung verändert, sondern sie haben auch Mythos und Logos austauschbar verwendet. Und zwar, weil sie der Meinung waren, ihr Gegenüber, die Masse, die sie angehört hat und ihre Follower, wie man heute sagen würde, seien unmündige Kinder. Denn indem man, wie in einem Märchenstil mit jemandem spricht, reagiert das Gegenüber auch, und das ist durch psychologische Untersuchungen erwiesen, in einem Kind-Ich. Du erinnerst dich an Transaktionsanalyse. Es gibt das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich, das Kind-Ich. Und er spricht der Sender einer Botschaft wirklich in dieser Art und Weise, das Kind-Ich im Empfänger an, reagiert der Empfänger auch entsprechend. Das heißt, sein logisches Denken und sein Kritikvermögen wird umgangen. Das ist die maximale Manipulation. Das heißt, wenn ein Sophist einen Mythos verwendet, statt eines Logos, dann ist das eine Machtdemonstration. Es geht nicht darum, dass beides austauschbar ist. Für den wahren Philosophen ist es das nicht. Das sind distinkte Bereiche geistiger Arbeit. Sondern es geht einfach um den Machtgewinn, den situativen und den dauerhaften. Wer gerne den Mythos statt das Logos einsetzt, und da haben wir auch Parallelen zur heutigen Medien-Szene auf vielen Kanälen, der möchte das Gegenüber manipulieren und sich selbst in eine Machtposition bringen. Und das ist die schlechte Verwendung des Mythos, die Platon auch anprangert in der Gestalt dieser Wanderlehre. Wobei da vielleicht noch zu erwähnen wäre, dass wir ja heute immer von Mythos sprechen in einer negativen Konnotation als eine Lüge, als ein Trugbild. Wenn wir Bücher in der Buchhandlung sehen, die sich mit dem Mythos befassen und dazu irgendein anderes Wort nehmen, dann bedarf es einer aufklärerischen Arbeit im Inhalt des Buches. Wo der Otto sagt, ich möchte jetzt mal das Gegenteil darstellen, also von Mythos zur Aufklärung kommen. Der Mythos ist in dem Moment etwas, was es zu widerlegen, zu beweisen gilt. Also wenn wir da ein Beispiel nehmen, dann ist es wichtig vielleicht zu erwähnen, dass der Mythos dann nicht gleich Fake News ist. Ein Mythos ist eine Geschichte, die nicht passiert ist, aber die ist. Der Mythos hat Sein, ohne dass er historische Faktizität hat. Das ist die substanzielle Bedeutung des Mythos. Was Platon gezeigt hat in diesem Zerrbild der manipulativen Rhetorik durch die Sophisten, das war die instrumentelle Bedeutung. Man kann einen Mythos benutzen, verzwecken, um damit seine Zuhörer gleichsam suggestiv zu bearbeiten und um dieses Machtgefälle zu kreieren. Man kann auch einen Mythos eigens ersinnen, nur für diesen Zweck. Das ist der instrumentalisierte Mythos und dagegen wendet sich Platon, denn der ist der Wahrheitsfindung natürlich diametral entgegengesetzt. Man kann nicht in dieser instrumentalisierten Art und Weise sprechen, nur um den Redegegner zu bezwingen und gleichzeitig die Wahrheit suchen. Das funktioniert nicht. Man muss sich entscheiden, entweder das eine oder das andere. Was du angedeutet hast, ist ein Mythos in substanzieller Hinsicht. Das ist auch eine andere Vermittlungssituation. Du befindest dich nicht in einem asymmetrischen Verhältnis mit jemandem oder willst ihn in ein solches hineinzwingen. Sondern du möchtest etwas vermitteln, was eine Bedeutung hat, was sogar vielleicht eine Ordnung kreiert. Auf einer Ebene. Und das ist ein erheblicher Unterschied zwischen Mythos und Logos. Der Logos ist diskursiv. Er kann und soll diskutiert werden. Und deshalb sagt ja Platon in der Tradition auch schon der Vorsokratiker, die Wahrheit beginnt zu zweit. Ja? Ja. Nicht monologisch, sondern dialogisch. Während der Mythos in der insbesondere verzweckten Art und Weise ist nicht mehr dialogisch. Das ist eine Form der Zurichtung. Er steht für sich selbst. Er steht für sich. Er steht aber auch als Signifikat für eine bestimmte Wirklichkeit. Ja. Ein bestimmtes Welt- und Menschenbild. Das in der Verzweckung dann in einem Top-Down-Verfahren übermittelt wird. Ja. Und das ist die Problematik. Das wusste Platon sehr genau. Der stammt aus einer Politikerfamilie. Sein Onkel Solon war Politiker. Wir kennen die solonischen Gesetze. Da steckt auch sehr viel marktwirtschaftliches Wissen dahinter. Und sehr viel Wissen um rhetorische Manipulation. Und Propaganda. Und Propaganda. Ja, selbstverständlich. Die platonischen Dialoge, insbesondere der Staat, Nomoi, Protagoras, die haben alle eine politische Bedeutung. Man muss es auch so lesen können und verstehen, dass hier jemand aus einem Aristokratengeschlecht, das zugleich immer auch Politik betrieben hat, gleichsam aus dem Nähkästchen der Erfahrung spricht. Ja. Wie manipuliert man die Massen? Ja. Was funktioniert an rhetorischer Strategie? Ja. Und wie funktioniert überhaupt das ganze Puppentheater? Platon ist der Erste, der von dem Puppenspieler der Macht spricht. Das wissen viele nicht. Die denken, das ist so ein modernes Theorem. Ja, ja. Das stimmt aber nicht. Das findet sich tatsächlich schon in den frühen platonischen Dialogen. Da heißt es, es gibt die Marionette, die Puppe. Ja. Und die Puppe wird geführt. Ja. Und da sind wir auch in der Nähe vom Höhlengleichnis. Die Menge glaubt die Schatten an der Wand, die Tanzen seien das Eigentliche. Und wer bewegt die Figuren, die dahinter stehen. Ja. Das ist eine der politischen Bedeutungen, die Platons Dialoge immer haben. Und sie haben diese metaphysische, die erkenntnistheoretische, die ethische und die politische Bedeutung. Und da wären wir auch bei deinen vier Stufen eines Mythos. Denn auch der Mythos kann in vier ganz unterschiedlichen Arten gedeutet werden. Richtig. Genau. Ja. Da hast du eben im Wortbegriff Manipulation schon die Hand, die da mit rein spielt. Und um die geht es eben bei den Mythen, die nicht missbraucht wurden, sondern die eher eine Lebensperspektive, eine Weltsicht vermitteln, in der man sich selber wiederfinden kann. Die funktionieren auf einer psychologischen Ebene, indem sie helfen, dem Individuum über Lebenskrisen hinweg zu helfen. Über Krisen zum Beispiel in der Adoleszenz. Das sind also ganz tiefeigene, die man für sich selber mitnehmen kann. Und dann hast du die soziale Ebene, wo der Mythos vermittelt, wo ist mein Platz in der Gemeinschaft? Wo bin ich in der Welt? Wo ist mein Platz? Und was hat die Gemeinschaft mit mir zu tun? Also aus dem Ich ins Wir, in die Verbundenheit. Und dann gibt es da auf der dritten Ebene nochmal eine Weitung. Das ist dann die kosmologische Ebene, wo man verbunden wird mit der Natur. Wo man sagt, wo ist mein Platz in der Welt? Also nicht nur in meinem Dorf, in meiner Sippe, sondern was ist das Große in der Natur? Und darüber hinaus, und da fallen eigentlich genau diese drei dann ein und verbinden sich mit dem, das ist eine mythische Ebene. Also der Mythos jetzt mythisch gedeutet, bedeutet, dass man eine Alleinheit, ein Eingebundensein in ein großes Ganzes erfährt. Und das ist eben diese große spirituelle Ebene, die quasi die drei ersten Phasen auch inkludiert. Also der Mythos, mythisch gedeutet oder spirituell bedeutet, fasst die anderen drei Stufen in sich. Die kosmogonale oder kosmologische, die soziologische und die psychologische. Hier haben wir also alles. Allen vier Ebenen gemeinsam ist aber, es gibt eine Struktur der Ordnung. Ein Mythos stellt eine Ordnung dar und vermittelt auch eine Ordnung. Und dadurch ist er immer schon mehr als ein Logos. Der Logos kann Ordnung auch in Frage stellen, kann kritisch sein. Das Diskursive ist ja oft diese Kritik. Aber der Mythos stellt eine Ordnung als Gesetz dar. Das kann Stabilisieren sein, es kann aber auch ein Gefängnis sein. Man kann den Mythos wie ein Gefängnisumgebung, wie ein Stab aufstellen und man steht dann hinter den Gitterstäben. Das ist eine Problematik des Mythos, die immer durch das Konstruieren von Ordnung auch mit gemeint ist. Ja, weil es eben auch ewige Prinzipien enthält und auch insofern nicht hinterfragt werden kann. Das ist vielleicht der Grund, weshalb Mercia Eliade gesagt hat, ein guter, seriöser Historiker analysiert den Mythos. Aber er bedient sich nicht der Mythen. Ja, das stimmt. Das ist die Vorstellung, die dahinter steht. Denn Ordnungen müssen in unserem heutigen Verständnis, in freiheitlichen Demokratien, in der Aufklärung hinterfragt werden. Es ist ein Prinzip der Aufklärung, dass man alle Institutionen hinterfragt und sie nicht einfach als gegeben ansieht. Politik, Kirche, Religion, Menschen und Weltbilder, alles muss hinterfragt werden. Und diese Ordnungen werden ja oft, und da hast du recht mit dem, was du eingangs sagtest, auch heute noch, mythologisch gestützt. Dabei geht der Mythos in zwei Richtungen. Es gibt eine Kosmogonie, die nachträglich politisiert wird. Und es gibt auch ein politisches Narrativ, das nachträglich zum Mythos verklärt wird. Diese beiden Richtungen sind da. Und beides ist problematisch. Ja, da hast du diesen Überbegriff oder dieses Motto Ordo ab Kau. Natürlich, dass du aus einer offensichtlich erstmal chaotischen Welt eine Orientierung, eine Ordnung schaffst und dich durch den Mythos in eine Welterklärung begibst, hast eine Ordnung geschaffen. Und diese Ordnung ist nun auch seit Aristoteles immer kleiner geworden. Diese Ordnung wird in kleine Behälter gestellt und da wird ein Etikett draufgeschrieben und der Mythos ging dann spätestens seit die Kart verloren, wo es dann hieß, es ist letztendlich das mechanische Abläufe, aber der Geist, der wird letztendlich, Gott hat als großer Urmacher, das ist ja diese große Geschichte, hat das Ganze vorangetrieben. Und wenn du diese Kleinteiligkeit jetzt rausnimmst und dich immer dessen bedienst, was dir gerade opportun ist, kannst du da natürlich unheimlich gut mit spielen. Und da hast du ein Arsenal von Manipulationsmöglichkeiten, die den Mythos pervertiert, die den Mythos umdreht. Und dann entstehen diese negativen, diese bösen Mythen. Würdest du das auch so sehen? Ja, ich denke, es ist das und es ist noch mehr. Sprache wird immer dann zur Waffe, wenn sie verzweckt wird, um Macht zu generieren und Macht zu erhalten. Da sind wir bei den Kunstgriffen in der Rhetorik. Das haben die Sophisten schon verstanden, das hat Schopenhauer später klassifiziert. Und da sind wir bei den verzweckten Mythen, die die Aufgabe haben, durch starre Menschen und Weltbilder Personen in eine Richtung zu drängen und sie auch von dem abzuspalten, was ihre persönliche Freiheit darstellt. Insofern kann hier eine Art schwarzer Mythos entstehen. Es gibt den weißen Mythos, es gibt den schwarzen Mythos und der Unterschied ist mit Sicherheit die Intentionalität, mit der er benutzt wird. Ja, wie bei vielem anderen spielt hier die Absicht eine große Rolle. Aber es hat auch was zu tun mit der historischen Gegebenheit. Mythen sind ja nicht statisch. Die sind dynamisch und die sagen sehr viel aus über die Kultur, mit der sie verbunden sind oder die sie beschreiben wollen in einem nicht faktischen, aber kohärenten Verständnis. Mythen sind ja im Sinne der Kohärenztheorie, der Wahrheit wahr. Ja, nicht im Sinne der Beweistheorie. Sie sind aus einem Beweis nicht zugänglich oder einer zeugenschaftlichen Aussage. Auch nicht unbedingt einer Adäquation, wie bei Thomas von Aquin. Thomas von Aquin sagt ja Veritas est adéquatio rei et intellectu. Also die Wahrheit ist die Entsprechung von der Sache, vom Tatbestand und dem Intellekt. In der Art und Weise sind Mythen nicht zugänglich, aber sie sind kohärent wahr. Alle großen Weisheitslehrern und alle Religionen beginnen mit einem Mythos. In Indien war ein König, der hatte einen Sohn, Siddhartha und so weiter und so weiter. Das sind Kohärenztheorien. Nicht überprüfbar, aber in sich schlüssig. Die Frage ist hier natürlich, wird es verzweckt und mit welcher Absicht wird es verzweckt? Und es gibt generell zwei Entwicklungsrichtungen. Es gibt die Kosmogonie, die politisiert wird. Und es gibt heute sehr stark das politische Narrativ, das nachträglich zu einem Mythos erklärt wird, zu einem mythologischen Menschen- und Weltbild. Also ein Beispiel für die erste Richtung wäre Daoismus-Konfuzianismus. Der Daoismus wird oft beschrieben als die alte philosophische Seele Chinas. Er wird dem ebenfalls schon legendären Lao Tzu geschrieben. Und im Daoismus gibt es Schöpfungsprinzipien. Wir kennen das im Westen verkleinert als Yin und Yang. Das Weibliche, das Männliche in einer archetypischen Urform, das sich wechselseitig bedingt. Das ist ein polares System, kein dualistisches, das in einem Wettstreit miteinander stünde. Das ist die wechselseitige Durchdringung. In jedem Pol ist auch ein Teil des Gegenpols enthalten. Und die daoistische Vorstellung ist, dass aus diesem Spannungsgegensatz die hunderttausend Dinge entstanden sind. Das ist die kosmogonale Urzeugung, die da stattgefunden hat. Der spätere Konfuzianismus hat den Gedanken weiterentwickelt und den Mythos politisiert. Hier waren plötzlich Yin und Yang Entsprechungen zu realen Geschlechtern von Menschen. Man hat also etwas gemacht, was wir auch hier in Europa im Mittelalter kannten, mit dem leitmotivischen Geschlechtscharakter. Also schon Augustinus spricht von Mann und Frau in der Seele. Das ist aber dasselbe, was Carl Gustav Jung meint, wenn er von Animus und Anima spricht. Das sind Instanzen in der Seele von jedem Menschen, unabhängig von seinem biologischen Geschlecht. Richtig. Es ist keine Erstarrung. Es fließt, es lebt. Jeder Mensch hat Animus und Anima in sich in unterschiedlicher Gemengelage. Das macht auch die verschiedenen Charaktere und die Eigenschaftlichkeiten aus, die unser Leben, unser gesellschaftliches Leben auch so bunt machen. Aber es ist niemals so, dass ein Mensch biologisch-weiblichen Geschlechts nur eine Anima hätte oder ein Mensch biologisch-männlichen Geschlechts nur einen Animus. Das war nie so gedacht. Und im Daoismus gibt es eine ähnliche Entsprechung. Es gibt Yin und Yang als diese beiden sich gegenseitig bedingenden Schöpfungstendenzen. Die sind natürlich auch im Geschöpften, unter anderem im Menschen als Mitschöpfer vorhanden und sind dort in einem lebendigen Wechselwirkungsverhältnis. Der Konfuzianismus hat es identifiziert mit den realen Geschlechtern und entwickelte dann eine Stufenfolge der Macht. Im Konfuzianismus gibt es die fünf Grundbeziehungen. Kaiser und Untertan. Der Kaiser ist immer überlegen. Vater und Sohn. Der Vater ist immer überlegen. Älterer Bruder und jüngerer Bruder. Auch der ältere Bruder hat immer die Oberhand über den Jüngeren. Mann und Frau. Der Mann ist immer überlegen. Und zuletzt Freund und Freund. Das ist die einzige Beziehung, die nicht zwingend hierarchisch ist, sondern fast auf Augenhöhe stattfindet. Aber generell eine Erstarrung. Es ist eine sehr starke Erstarrung. Diese Politisierung des Mythos hat im Konfuzianismus dazu geführt, dass es diese rigide Geschlechter- und Gesellschaftsordnung gab. Das war nicht im ursprünglichen Taoismus angelegt. In antiker Zeit gab es in China auch immer einen Kaiser und eine Kaiserin. Später war es dann der Kaiser und seine vielen Konkubinen. Aber es war einmal so, dass den Drachenthron zwei Personen besetzt und auch beseelt haben, die diese beiden Schöpfungsprinzipien verkörpert haben. Natürlich. Das war die alte taoistische Ordnung. Und im Konfuzianismus hat man eben die Hierarchisierung und Politisierung vorgenommen. Und das hat effektiv Folgen bis heute. Der Konfuzianismus lebt als eine verborgene oder in mancher Hinsicht sogar gar nicht so latente Denktradition weiter. Als China Ende der 70er Jahre die Ein-Kind-Politik eingeführt hat, haben viele Chinesen insbesondere in den ländlichen Regionen gedacht, ein Sohn ist grundsätzlich sehr viel wertvoller als eine Tochter. Und das führte dazu, dass ganz viele weibliche Embryonen abgetrieben wurden. Und heute schätzen Menschenrechtsorganisationen wie Terre des Femmes, dass 30 bis 40 Millionen Frauen in China fehlen. Das sind eben diese Mädchen, die nie zum Leben kamen. Und das ist aber nicht einfach eine gesellschaftliche Fehlentwicklung in der demografischen Ebene, sondern es geht ja zurück auf diesen politisierten Mythos im Konfuzianismus. Und das ist diese eine Richtung, in die sich eben der Mythos entwickeln kann. Man hat zuerst ein kosmogonales Geschehen und in der ursprünglichen Zeit haben die Menschen auch verstanden, dass es eine Geschichte ist, die nie stattgefunden hat, die aber ist. Ja. Auf dieser, wie du sagst, spirituellen Ebene, die alles andere in sich fassen kann. Und später in der Zeit wurde es aufgefächert zum soziologischen, zum politischen hin und darauf beschränkt. Wo man sich zuerst auch überall wiederfinden konnte, wird es auch durch diese Hierarchien, die du natürlich auch durch die institutionalisierten Religionen findest, dann immer selektiver. Und du bist nur noch ein kleiner Teil von einem großen Gebäude, was überhaupt kein oder worauf du überhaupt keinen Einfluss mehr hast. Du bist quasi nur noch ein Teil davon, aber du bist nicht mehr das große Ganze, wie du dich im Mythos wiederfinden kannst. Richtig. Und das hat ja auch zu tun mit der mechanistischen Sichtweise auf das Weltgeschehen. Das, was Goethe einmal so schön nannte, die mechanistische Weltvertölpelung. Die Welt als Uhrwerk und der Mensch als kleines Rädchen. Charles Chaplin hatte das ja wunderbar dargestellt in Modern Times. Auch da geht es wieder um den Zeitbegriff, die lineare Zeit mit ihrer Perfektionismus und Perfektibilitätsorientierung. Du bist nicht genug, du musst besser werden und du kommst zuletzt doch mit Hermann Hesse und das Rad. Egal wie gut du bist, denn du bist nie gut genug. Das ist ja dann auch der Effekt dieser ständigen Ausrichtung auf ein solches unerreichbares Ideal hin. Das funktioniert nur mit diesem Zeitbegriff und mit dem Mythos des defizienten Menschen. Und dieses Uhrwerkhafte Universum, in das man eingespannt ist ohne freien Willen. Das ist ja die Vorstellung, die dahinter herrscht. Ja, was ist mit der Zeit passiert? Lass uns doch mal so ins 17. 18. Jahrhundert gehen, wo man ja doch noch nicht ganz so genaue Uhren hatte. Und davor, in dieser Entwicklung hat natürlich mit den Menschen auch was stattgefunden. Wir sprachen gerade über diese durchgetaktete, die modernen Zeiten, auf denen es heute scheinbar kaum noch einen drinnen gibt, weil man eben auch gefordert ist, im System zu funktionieren. Das war ja nun in dieser Zeit, wo nun das Bürgertum entstand und wo nun auch instrumentalisierte Mythen schon gebraucht wurden. Ich erinnere mich da zum Beispiel an diese Form der Fabel, wo natürlich jetzt auch schon Kritik an den Oberen verübt wurde, aber noch an dieser Form von Tieren, wo man noch nicht so direkt war. Du meinst Jean de la Fontaine. Ja, natürlich. Ja, genau. Dass man schon sagte, ja, das ist eine Metapher, das ist ein Mythos, der benutzt wurde, aber um Kritik zu üben, um es nicht allzu deutlich zu machen. Und was geschah in dieser Zeit, in dieser Zeit mit unserer Zeit, mit unserem Zeitbegriff und mit dem, was durch nachdem nun die Entwicklung des Bürgertums jetzt immer größer wurde, was geschah da mit dem Umgang des Mythischen? Es war nicht und nicht nur die Entwicklung des Bürgertums, die eine große Rolle gespielt hat. Die Industrialisierung in ihren verschiedenen Wellen war wahrscheinlich historisch und systematisch sehr viel kraftvoller, was unsere heutige Vorstellung von Zeit angeht. Denn das Arbeiten in den Fabriken war nicht nur ein entfremdetes Arbeiten, wie Karl Marx gesagt hat, in dem nämlich der Arbeiter immer nur einen bestimmten Schritt, ein Teilelement des ganzen Prozesses gesehen hat und nicht den ganzen Prozess, sondern es war auch eine Ausrichtung auf die lineare Zeit. Eine lineare Zeit, die nicht mehr zyklisch ist, wie die Zeit im agrarischen Leben. Genau, da wollte ich drauf hinaus. Und das ist so diese große Dichotomie, die es gibt. Es gibt das schon städtische oder vorstädtische Leben mit dem Symbol des städtischen Lebens, nämlich der Manufaktur oder später Fabrik. Denn die gab es nur dort. Das war ein Symbol der Urbanität. Und andererseits das agrarische Leben mit seinen immer gleichbleibenden Zyklen, die sich immer wiederholen und auch mit den existenziellen Erfahrungen, die der Landmann macht. Er ist abhängig von der Natur. Man muss es ihm nicht erklären. Er weiß, dass sein Leben von der Natur abhängt und er weiß auch, dass das Werden und Vergehen jedem Lebewesen immanent ist. Er kommt von der Erde, er geht zur Erde zurück und er macht diese Existenzialerfahrung von Liebe, Verlust, Verrat, Tod und Initiation durch verschiedene Stufen. Das sind alle mythische Themen. Das sind mythische Themen und das sind auch ahistorische Themen. Während das Leben in der Stadt hat eine andere Taktung und eine andere Ausrichtung. hin zum Linearen, weg vom Zyklischen und auch weg vom Momenthaften, dem mystischen Augenblick. Genau. Es ist die lineare Zeit und lineare Zeit hat ontologisch immer mit Verbesserung zu tun. Es geht darum, etwas zu schaffen, etwas fertig zu machen. Genau. Die ist teleologisch. Es gibt ein Telos, ein Ziel und das Ziel muss erreicht werden. Und der Mensch sieht sich mehr und mehr nicht als Gestalter der Zielerreichung, sondern als bloßer Agent. Er ist das Objekt eines Prozesses. Objektum heißt das entgegengesetzt. Er ist nicht Subjekt, Gestalter. Er ist Objektum. Er wird gleichsam mit zu einem Produktivmittel. Ja. Das ist der starke Einfluss, der hier stattgefunden hat. Der Einfluss kam weniger vom Bürgertum. Denn das Bürgertum hatte durch unabhängige finanzielle Mittel und durch einen Zugriff zur Bildung, auch zur antiken Bildung, eine gewisse geistige Kritikfähigkeit, die es in dieser Form im Bauernstand gab, auf einer weniger intellektuell durchdachten, aber ähnlich intensiv gefühlten Ebene. Auch ein neues Selbstbewusstsein natürlich. Genau. Also sowohl das bürgerliche Selbstbewusstsein, das sich ja auch in der Distanz zu Kirchen und staatlichen Zuschreibungen definiert haben, als auch das bäuerische Selbstbewusstsein, das im Mittelalter schon stark war. Wir hatten die Bauernaufstände, in denen die Bauern gezeigt haben, dass sie durchaus nicht als Leibeigene agieren wollen. Auch dieses Selbstbewusstsein speist sich im Grunde aus einem bestimmten Zeitbegriff, in dem das Ich in Zyklen eingebunden ist und von daher auch weiß, es ist nicht übermächtig, aber auch niemand anders darf übermächtig sein. Das ist diese Vorstellung, die daraus geboren wird. Während der lineare Zeitbegriff für den institutionenhaft die Fabrik der Ausdruck ist, wenn wir an Institutionen denken, der hat zu tun mit der Perfektibilität. Und das war die Pest des 18. Jahrhunderts. Die Perfektibilität, nicht zu verwechseln mit Perfektion, Vollendung. Perfektibilität ist die geistige Einstellung, dass alles, insbesondere das menschliche Leben und das menschliche Sein, unendlich vervollkommnungsfähig ist, aber auch vervollkommnungsbedürftig. Das heißt, da steckt mit Nietzsche gesagt ein perfider Hintergedanke dabei. Also so ein Verdachtsmoment dem Menschen gegenüber, der Mensch ist schlecht, fast schon ein pervers religiöser Gedanke. Der Mensch ist sündig, er ist mangelhaft und er muss gebessert werden auf einem bestimmten linearen Weg, dessen einzelne Stationen vorgegeben werden. Und das ist die Vorstellung. Und da kommt man sehr schnell auch in diese Taktung, die du beschrieben hast. Ja. Die kurze Taktung und der sich immer weiter erhöhende Druck. Richtig. Da wären wir aber auch bei der anderen Richtung Mythos. Wir sagten, es gibt die Kosmogonie, die Weltentstehungslehre, die große Fabel, die alles beschreiben soll, alle vier Ebenen bei dir, die dann politisiert wird und dadurch verkahlt und verarmt und verzweckt ist. Und es gibt auf der anderen Seite auch das politische Narrativ, das zunächst wirklich nur das ist, eine Leitlinie und dann nachträglich mythologisiert wird. Der Mythos wird übergestülpt. Genau. So wie bei der Eneas von Magil, die quasi den Römern damals eine Identität gegeben hat. Künftig geschaffen. Das ist richtig. Ja. Aber es gibt auch heute Beispiele. Ja. Was wären Beispiele für ein politisches Narrativ, das nachträglich mythologisiert wird? Ja. Ja, natürlich. Da sind wir gerade in diesen Mechanismen, die ich auch immer wieder sehe, wo wir uns heute die Frage stellen, was wird an Mythen genommen, wo wir unsere eigene Reflexion, unsere eigene Empfindung, uns selber wiederfinden und die werden verdreht, Weltbilder werden im Moment verdreht, ganz bewusst, um uns in eine Richtung zu bringen, in der wir uns vor ein paar Jahren auch noch nicht gesehen haben. Es ist grundsätzlich seit Platons Zeiten diese verhängnisvolle Sogwirkung des Mythos. Ja. Denn der Mythos liefert nicht nur einen Logos als eine Sinnerklärung oder Welterklärung, die noch kritikfähig und kritikwürdig wäre, sondern liefert eine Ordnung mit. Ja. Und gegen die Ordnung lässt sich schlecht diskutieren. Im Grunde ist das voraufgeklärt, wenn es in der Art und Weise verzweckt wird, dass es eine Debatte über Zuständigkeiten und Verhältnismäßigkeiten von vornherein auslöscht. Ja. Denn das kann ein verzweckter Mythos auch. Und wir sehen ja heute viele politische Narrative, die nachträglich mythologisiert werden. Natürlich. Es sind auch Rituale, die geschaffen wurden, Szenen, die geschaffen wurden, wenn wir an Willy Brandts Kniefall in Warschau denken. Das sind Bilder, die sind ikonologisch in unsere Identität, in unsere Geschichte eingebrannt, die ja ganz bewusst erzeugt wurden. Das wurden sie aber in der Geschichte schon immer, dieses Inszenieren von bestimmten Situationen, die dann nachher quasi mythisch gefüllt wurden. Ja. Die Erhebung des Politischen zum Kult. Ja. Das haben die Pharaonen schon beherrscht. Ja, natürlich. Das haben natürlich die Griechen und die Römer in einer Exzellenz abbilden können. Aber das ist auch uns heute nicht fern. Politische Riten und Rituale mythologisieren und verklären eine politische Richtlinie im Nachhinein. Ja. Und wirken natürlich suggestiv und emotional sehr stark auf den Zuschauer. Erst da schon manipuliert wurde, auch im alten Rom. Da gibt es diese Geschichte, dass Augustus ja einen Auftrag gab, also damals noch Octavian. der kam gerade an die Macht und hatte gesagt, ich möchte jetzt auch ein Herrscher-Standbild von mir haben, was dementsprechend mythologisch aufgeladen ist. Das heißt also, er hat einen Brustpanzer, wo er auch nochmal die Enerv, die Geschichte Roms, Romulus und Remus, befinden sich darauf, erzählt. Und dann hat er aber auch keine Schuhe. Das heißt, er ist barfuß, er ist demütig. Das, was wir so als Bilder kennen bis zum Mittelalter. Du bist unbeschuht und hast aber trotzdem diese Rüstung als Zeichen der Wehrhaftigkeit mit einem Mythos auf der Brust. Das ist ganz bewusst inszeniert. Und so geht es durch die ganze Geschichte, dass der Mythos immer wieder benutzt wird, um eben auch mit einer positiven Agenda, aber auch ganz bewusst negativ in einer Propaganda Menschen in eine Richtung zu führen, die auch in dieser Taktung der Zeit zu einem Menschenbild geführt haben, in dem wir jetzt stehen, wo wir sagen, Transhumanismus, Optimierungswahn, durchgetaktete Zeit. Wie schnell soll es noch werden und wie kurz sollen die Abstände noch werden? Wir funktionieren und ersticken in Informationen. Da ist sehr viel Mythos drin, findest du nicht? Ja, es ist die Perfektibilität 2.0, was alles möglich ist mit den heutigen technokratischen Mitteln, um dann schlussendlich den vermeintlich so verbesserungsbedürftigen Menschen zu optimieren. Das ist eine zutiefst misantropische Vorstellung, dass der Mensch das Mangelwesen ist, das jederzeit vervollkommend werden muss, weil es selbst nicht genug ist. Und hier ist es immer wichtig zu sehen, was ist denn der Kontrapunkt zu diesem mangelhaften Menschen? Im Mittelalter war es der allwissende Gott. Heute ist es eine Form von Cyborg, von technokratischer Fantasie, die da erstellt wird, die aber nicht reine Imagination ist. Man arbeitet ja bereits daran. Also was man sich vorstellen kann, kann man auch umsetzen. Große Singularität. Das ist diese Versuchsreihe, die wir hier sehen. Und der politische Mythos oder der nachträglich mythologisierte politische Leitfaden ist etwas, was heute sehr, sehr stark vorherrschend ist und was eigentlich die öffentliche Debatte auch bestimmt. Und es ist wichtig, das zu verstehen und um die Doppelbödigkeit von Mythen zu wissen. Denn wir haben oft intuitiv die Vorahnung, dass ein Mythos etwas Positives ist, weil es Sinn erschließen kann. Natürlich. Und weil es Orientierung und Ordnung geben kann. Und was wünscht sich ein Mensch in einer chaotischen Welt mehr als Ordnung und Orientierung. Aber das ist das alte Prinzip Ordo ab Kao. Ein sehr manipulatives Prinzip, das schlussendlich schon vor tausenden von Jahren dazu geführt hat, dass bestimmte Kreise an der Macht sind und andere entmachtet werden. Und nicht nur hinsichtlich des Materiellen oder der politischen Teilhabe, sondern auch hinsichtlich ihres Zugangs zum eigenen Sein. Also typisch für einen negativen Mythos ist, den Menschen auf den Körper zu begrenzen. Und zu sagen, du bist nur der Körper. Du bist nur der Körper, nur deine Geschlechtsidentität oder vielleicht nur deine sexuelle Ausrichtung oder nur ein Bündel von Eigenschaften. Und das ist grundfalsch, denn der Mensch hat diese Attribute, aber er ist es nicht. Sein Sein ist geistiges Wesen und geht weit darüber hinaus. Und das ist eine manipulative Rhetorik, die uns wirklich durch die Epochen in vielen Kulturen entgegentritt, dass der Mensch derart mit dem Körper identifiziert wird. Und das ist eine Form des Gefangenseins im eigenen Ich. Wenn die Körpergrenzen die Grenzen des Ichs sind. Das ist typisch auch für das, was Agamben als den Homo Sarka bezeichnete, der geopferte Mensch. Der ist mit dem Körper identifiziert. Und wo der sich bewegt oder kaum bewegen kann, ist das Lager. Das Lager ist die Fläche, auf der sich der entrechtete Mensch, der Opfermensch, der nur Körper ist, bloßes Leben, aufhält. Und das ist so eine dunkle Nebenlinie des Mythos oder der Mythologisierung von politischen Doktrinen. Ja, und diese Doktrinen, die erleben wir ja gerade. Wir haben verschiedene Themen, die jetzt auch immer wieder durch die Gesellschaft gehen, die die Gesellschaft auch spalten. Auch die Genderfrage gehört dazu, die Frage der veganen Ernährung, des Klimawandels. Das sind alles Themen, die natürlich auch mythologisch aufgeladen werden. Die kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern die sind ja entstanden aus einer Tradition, die jetzt eine Entscheidungsfindung herausbeschwört, wo der Mensch sich entscheiden muss für sich selber. Auf welchen Weg gehe ich mit und welchen Weg kann ich gar nicht mehr beeinflussen? Wer drückt mir da jetzt mein Leben auf? Das sind Beispiele für diese nachträgliche Mythologisierung einer politischen Richtlinie. Wenn du sagst Genderpolitik, dann gehen wir ja eigentlich auf eine politische Richtlinie zurück, die 1995 auf der Weltfrauenkonferenz in Peking erstmals angedacht wurde. Und im Ursprung ging es darum, die geschlechtsspezifische Diskriminierung wirklich weltweit zu enden. Also ein ehrenwertes Ansinnen, das mit allen demokratischen, freiheitlichen Bewegungen auch in Einklang zu bringen ist. Doch die heutige Situation, die bis zu Sprachverboten reicht und Absurditäten zeitigt, ist etwas anderes, was sich von diesem ursprünglichen Ansinnen sehr weit entfernt hat. Darauf höre ich hinaus. Und auch hier geht es darum, den Menschen völlig mit seinem Körper zu identifizieren, die Sprache zu verändern und über die Sprache auch neue Werte zu implementieren. Werte jedoch die der Wahrheitsfindung, und da sind wir bei Platon, nichts hinzufügen. Denn es geht hier nicht um den Wahrheitsgehalt einer Rede, sondern um ein sophistisch manipulatives Vorgehen. Ähnlich ist es bei anderen Punkten, die du genannt hast. Wir müssen nicht darüber reden, dass wir bei einer stets anwachsenden Weltbevölkerung von über sieben Milliarden Wege finden müssen, verantwortlich mit der Umwelt umzugehen und verantwortlich mit den Tieren, dass wir eine neue Ethik definieren müssen. Doch sind wir soweit all das fanatisch im Sinne einer Ideologie zu verteidigen, eine Art profane Ersatzreligion zu gründen, dann sind wir wirklich schon hinter der Grenze, die den Mythos im politischen noch von dem diskursiven Leben in der aufgeklärten Gesellschaft trennt. Ja, das heißt also, wichtiger als je ist das eigene in der Kritik bleiben, kritisch hinterfragen. Auch wenn wir im Mythos leben, mir geht es immer darum, auch mit dem Logos in Balance zu kommen. Nicht, dass das eine überwiegt und das andere nicht mehr gesehen wird. Wir befinden uns heute wohl vornehmlich im Logos und dem Mythos gilt es für uns selber wieder zu entdecken. Das ist richtig. Dass wir wieder in diese Balance kommen, nochmal das Yin und Yang vielleicht zu zitieren, dass das eine das andere bedingen sollte, damit wir in Heilung kommen und damit unsere Gesellschaft dadurch gesunden kann. Mythos und Logos sind nicht dualistisch zu verstehen, sondern als polare Entitäten, die sich wechselseitig bedingen können. Das ist das Bild von Yin und Yang. Das eine ist im anderen vorhanden. Genau. Und indem wir das wissen und indem wir auch die Doppelbürtigkeit des Mythos kennen, können wir das tun, was schon immer auch ein spirituelles Motto war, alles prüfen und das Beste behalten. Das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Claudia, ich danke dir sehr herzlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch wieder inspirieren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis bald. Es ist hier, es ist ein persönliches Motto. Untertitelung des ZDF, 2020